Erst der Verein, dann die Partei. Aber im Grunde dreht sich dann doch alles um Sarah Wagenknecht. Und damit einen schönen guten Abend nach Berlin. Guten Abend. Frau Wagenknecht, die Linke und Sie, Sie gehen jetzt also auch offiziell getrennte Wege. Warum geben Sie nicht auch Ihre Mandate ab? Das wäre doch konsequent. Also ich denke, das, wofür ich stehe, das haben ja viele Menschen auch gewählt, als sie die Linke gewählt haben. Und ich erinnere mich, als im Juni der Parteivorstand mich aufgefordert hat, mein Mandat zurückzugeben, das wurde ja damals schon beschlossen, haben mir ganz viele Menschen geschrieben, Frau Wagenknecht, wenn Sie Ihr Mandat zurückgeben, dann möchte ich auch meine Stimme zurück, weil ich habe die Linke nicht zuletzt wegen Ihnen gewählt. Insoweit, es ist natürlich immer ein bitterer Prozess, wenn es zu einem Punkt kommt, an dem wir jetzt stehen. Aber ich finde, wir sollten jetzt diese Trennung auch mit Anstand machen und uns da nicht mit Dreck bewerfen. Also ich bin jetzt wirklich ganz motiviert, auf das neue Projekt mich zu orientieren und das andere ist Vergangenheit. Also ein Prozess, der ja auch etwas länger gedauert hat. Jetzt haben Sie heute wirklich die Entscheidung getroffen. Wähler, könnte man sagen, entscheiden natürlich auch und zwar bei der nächsten Wahl. Aber auch das ist ja Ihre Entscheidung, ob Sie die Mandate behalten oder nicht. Der linken Chef nennt Ihr Vorgehen allerdings völlig unverantwortlich, weil Sie das Nachrücken anderer eben verhindern und somit die Fraktion zerlegen. Ist Ihnen die Linke mittlerweile so egal? Nein, die Linke ist mir nicht egal. Aber wir müssen einfach sehen, die Linke ist leider eine Partei geworden, die politisch von den Wählern immer mehr abgestraft wurde. Also sie war ja mal eine Kraft, die auch in unserem Land etwas bewegt hat. Ich habe mich über viele Jahre in der Linken engagiert. Aber durch die Veränderung, sie ist nicht mehr die Partei, die sie damals war. Die Parteiführung hat ein anderes Konzept und für dieses Konzept gibt es ganz offenkundig nur noch ein sehr, sehr kleines Wählerpotenzial. Und das ist der Hauptgrund, warum Menschen in der Linken begonnen haben, auch schon vor mir und unabhängig von mir, darüber nachzudenken, ob es nicht eine neue Kraft braucht. Und es geht ja gar nicht primär um die Linke, sondern ich finde, wir haben in Deutschland einfach eine ganz große Repräsentationslücke. Viele Menschen wissen nicht mehr, was sie wählen sollen. Wir leben in einer Zeit massiver geopolitischer, weltpolitischer Krisen. Und wir haben gleichzeitig die schlechteste Regierung, die die Bundesrepublik jemals hatte. Und es muss sich einfach etwas verändern, sonst sehe ich wirklich sehr schwarz für die Zukunft. Weil wir haben die Gefahr, dass Deutschland wirtschaftlich absteigt. Und das möchte ich gerne verändern. Es sind natürlich komplexe Herausforderungen, viele Kriege und Krisen darauf antworten, einfache vor allen Dingen zu finden. Das ist eben unmöglich. Thürings AfD-Chef Höcke, der hatte Ihnen ja Anfang des Jahres angeboten, bei der AfD mitzumachen. Sicher auch, weil damals wie heute viele AfD-Wähler Sie eventuell wählen würden. Aktuell wohl laut einer Umfrage zwischen 30 und 40 Prozent. Trifft das Ihr politisches Spektrum? Also kämpfen Sie um das gleiche Klientel? Also ich denke, es täte den Debatten in Deutschland gut, wenn wir mehr über vernünftige Politik und weniger über die AfD diskutieren würden. Und natürlich gibt es ganz viele Menschen, die wählen die AfD nicht, weil sie rechts sind, sondern weil sie wütend sind, weil sie verzweifelt sind. Das ist ja auch ein Grund, warum wir an den Start gegangen sind. Mir haben ganz viele gesagt, wir wissen nicht mehr, was wir wählen sollen. In den vorhandenen Parteien ist für uns nichts. Wir sind zutiefst wütend darüber, wie schlecht dieses Land regiert wird, wie falsch die Prioritäten sind, die die Ampel setzt. Die Menschen haben das Gefühl, es muss sich was ändern. Und viele haben daraus den Schluss gezogen, okay, wenn jetzt erstmal nichts anderes da ist, wählen wir AfD. Wir wollen diesen Menschen ein seriöses Angebot geben. Aber Frau Wagenknecht, wenn ich Sie da ganz kurz unterbrechen darf, es ist ja so, dass Menschen Sie jetzt eventuell wählen würden, obwohl sie weder Programm noch Personal kennen. Also heißt das nicht, es geht gar nicht mehr so sehr um Inhalte und Überzeugung? Ja, wir haben ja heute mit dem Start des Vereins auch ein Programm vorgelegt. Natürlich ist das noch nicht 30 Seiten lang, sondern das sind vier wesentliche Punkte, aber diese vier Punkte, dafür stehen wir. Das ist einmal eine Politik, eine Wirtschaftspolitik, eine Energiepolitik, die vernünftig ist, die die industrielle Wertschöpfung hier in Deutschland erhält, die einen starken Mittelstand erhält. Der zweite große Punkt, soziale Gerechtigkeit. Ich meine, Deutschland ist in den letzten Jahren immer weiter auseinandergedriftet. Die Politik hat von den Fleißigen zu den oberen 10.000 umverteilt. Wir brauchen gute Löhne, ein ordentliches Rentensystem. Das ist in manchen westeuropäischen Ländern deutlich besser geregelt. Und unser drittes großes Anliegen, wir brauchen eine Außenpolitik, die sich wieder an den Traditionen der Entspannungspolitik orientiert, also auf Diplomatie setzt. Deutschland hat lange Zeit, ist sehr gut damit gefahren, auf Vermittlungen, auf Ausgleich zu setzen und nicht auf militärische Lösungen. Sie haben das friedliche Außenpolitik genannt. Sie haben sich ja heute bei der Pressekonferenz dann auch zum Krieg in Israel geäußert. Da haben Sie gesagt, der Staat hätte selbstverständlich das Recht, sich gegen die Angriffe der Terrormiliz Hamas zu verteidigen. Zudem sagten Sie aber auch, dass Gaza seit vielen Jahren ein Freiluftgefängnis sei. Machen Sie denn dafür nur, wenn man bei Ihrem Wording auch bleibt, nur Israel oder vielleicht auch Ägypten und vor allen Dingen die Terrorgruppe Hamas verantwortlich? Ja, natürlich gibt es viele Verantwortliche. Meine Botschaft war ja nur, auch dieser Konflikt wird sich nicht mit Waffen und mit militärischen Mitteln lösen lassen. Und ich sehe mit großer Sorge eine bevorstehende Bodenoffensive, weil ich denke, dass das ganz, ganz viele Zivilisten das Leben kosten wird. Und es kann den ganzen Nahen Osten zu einem Pulverfass machen. Also auch dieser Konflikt muss diplomatisch gelöst werden und er wird auch nicht gelöst werden können, ohne dass die Interessen auch der Palästinenser berücksichtigt werden. Ja, Sie sprachen dann auch von einer Zwei-Staaten-Lösung, die ja viele befürworten, auch deutsche Politiker, zum Beispiel auch der Bundespräsident und andere. Aber wie soll das jetzt gehen? Verhandeln mit der Terrorgruppe Hamas oder mit wem? Nein, also mit der Hamas muss man nicht verhandeln. Es gibt ja durchaus andere Repräsentanten der Palästinenser. Ich glaube nur, dass es wirklich wichtig wäre, dass die israelische Regierung, die ja aktuell die Zwei-Staaten-Lösung ablehnt, hier andere Signale setzt, damit es einen Frieden gibt, damit es eine friedliche Lösung gibt. Weil die Vorstellung, dass dieser Konflikt einfach bleibt und man das wegmoderiert, das kann nicht funktionieren. Und natürlich haben die Palästinenser auch ein Recht auf ihre Interessen. Und dass die Situation in Gaza so nicht bleiben kann, das ist ja tatsächlich der Fall. Ja, sagt Sarah Wagenknecht. Insbesondere sind heute, glaube ich, erstmal auch viele gespannt, wie es mit ihrem Bündnis weitergeht. Sie streben jedenfalls an, bei allen drei Landtagswahlen im nächsten Jahr im Osten dann dabei zu sein, inklusive Thüringen, wo die Linke den Ministerpräsidenten stellt. Frau Wagenknecht, vielen Dank für Ihre Zeit. Sehr gerne.